so eins zwei drei vier vier leute kommen mit würde ich jetzt sagen haben wir jetzt auch mal nicht verkehrt zone ist mal wieder sehr gut für uns wie oft eigentlich military base kommt ja moin habe ich nicht gehört dass der schon oben bei mir ist nicht so gehört die werden mit sicherheit sich sich irgendwo da vorne hinstellen und jetzt auf uns war ein umgedrehtes spiel so mäßig locker sind hier unten irgendwo die wix köpfe also über rechts laufen links sieht irgendwie gefährlich aus rechts ist angehalten das ist nicht oder ein süßen einer direkt oder was ja ich sehe jemanden nordwest auf dem auf den bergland ist ausgenutkt von mir bekommen ist fast auf das tod die zone ist digga wieder aber wir können ja schon aber vergesst nicht vor uns ist noch der airdrop runter kommt das heißt da wird so oder so von beiden seiten action sein ach du scheiße wir haben keine wahl habe keinen bock auf sandwich ich sehe sie genau da steht jemand wo denn ich sehe keinen hinter den bäumen oder habe ich gesehen ja oben am hügel sehe ich habe ihn der ist am stein ich sehe ich habe ihn nicht gesehen war der hinterm stein oder was ja ich bin er habe ich habe ihn bekommen ja belastend aber der ist hinterm stein digga ich bin hier safe hat ein hit bekommen pass auf sohne digga ich habe ihn du musst laufen du musst laufen du musst laufen kommst du kannst du das ne ja ich habe den guini suit wichser wenigstens noch bekommen digga digga er hat mir auch den ruppigsten headshot gegeben junge ich bin ja ja ich hab's gesehen hallo ja so viel für später mein problem ist gut man so weit außer dass ich ein bisschen oft gestorben bin heute ja ja das macht mich sehr traurig man die letzte mal als wir custom games gezockt haben daniel was ich weiß genau wie das war man das ist eine katastrophe er dachte direkt jemand wäre eingebrochen ne da hat er eine papiertüte dabei gehabt und als sie reinkommen ist hat es voll geknuspert wüsst du wie ich mein du hast geknistert du idiot was geknistert du idiot ich habe geknistert gesagt du hast geknistert und als sie reinkommen ist hat es voll geknuspert willst du dir noch einmal hallo sagen oder was ja hallo websle mein digga warst du heute mit Mama im wald spazieren mhm du denkst wieder nur an köstlichkeit ich weiß das ja ich weiß das magst du nicht ja vor uns die Häuser da unten ist einer Pfeffer hab einen ausgemacht naaa ist stabil diggi der ist in der küche in der küche ist er hier unten der andere oder der der andere der andere ist jetzt in der küche der andere liegt direkt an der treppe ich push ihn ran ja 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 ich komm mit ich gib mir deckung oder so ja auto hinter uns auto hinter uns auto ich renne aber trotzdem erstmal weiter ja der fährt weiter ja der fährt weiter wir haben die granate rein mach das ey der läuft zur treppe ist zur treppe hoch gelaufen digga ist ausgenockt einer der andere ist oben nach oben gelaufen warte ich geh einer down einer down wo ist der andere machst du draußen ich sehe nicht wo dein wo dein ist er draußen oder was hab ihn hab ihn hab ihn hab ihn oder 420 no aim alter wieder name ja die haben auch absolut nichts digga schlechtester loot den ich jemals gesehen habe oh der ja eigentlich ganz gut einen loot 255 schalldämpfer recht close oh am stein am stein links von mir ist auch noch einer links von mir ist auch noch einer digga einen hab ich ausgelockt links von mir ist irgendwo ganz close einer mit schalldämpfer da hab ich einen ausgelockt aus dir oh ich geh schüsse vom stein hier ist aber noch einer einer ist noch vor uns einer ist noch vor uns mit schalldämpfer lass mal zurück ich sehe ihn nicht sehen keine ahnung vom roten haus vom roten haus glaube ich kann ich eigentlich machen oder doch nimm auch nass mit nur ist noch an digga was heißt das drinne die mk14 digga ja die ist schon heftig digga oh digga er hat dich vorher leider gesehen scheiß auf digga er hat mich im selben moment gesehen fuck scheiß auf digga wieso nur wenn du halt ganz dicht rüber lehnst ach so ja scheiß auf oh hier sind zwei einer ist ausgenockt wo ist der andere wo ist der andere der probier oder was naja ich sehe keine füße er kommt jetzt hin er hat lk pass auf er hat mich direkt ausgenockt scheiße er hat mich noch kassiert ist noch einer kannst du wieder den baum kommen naja ich kann kommen digga granate von dir ne ist ne smog ne ist ne smog das kannst du mir nicht da sehen das ist ein bug von diesem game da muss da muss äh da geht ein report raus also da das dulde ich auch nicht mehr digga ich bin pissed naja wenigstens hast du nen kill gemacht weißt du was ich mein die seht auch mehr auf auf wo 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 Vielen Dank.